Herzlich willkommen bei der Gebäudereinigung Stowasser. Wir sind Ihr kompetenter Partner in Sachen Sauberkeit und Hygiene aus der Musikstadt Markneukirchen. Firmeninhaber der Gebäudereinigung Stowasser ist der Gebäudereinigungsmeister Hans Stowasser. Ihn unterstützen seine beiden Söhne Markus und Martin. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1987 haben wir uns zu einem namhaften und vertrauensvollen Meisterfachbetrieb in der Region des Vogtlands entwickelt. Aufgrund der über 20-jährigen Erfahrung im Handwerk der Gebäudereinigung, durch stetige Motivation und eine gewissenhafte Einarbeitung unserer Mitarbeiter, sichern wir Ihnen die zufriedenstellende und zuverlässige Erledigung der uns übertragenen Arbeiten zu. Wir haben das Ziel, mit unseren Kunden eine dauerhafte und partnerschaftliche Geschäftsbeziehung zu pflegen. Unser Team sorgt täglich für Sauberkeit und Ordnung. Wir wissen, wie man reinigt. Überzeugen auch Sie sich von unseren Leistungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017